Tja, willkommen zu Spectropes. Ähm... Nach all diesen Kurzaufnahmen vor ein paar Tagen weiß ich gar nicht mehr, wo ich stehe. Also, Labor starten am besten. Wollte ja nicht was anderes aufnehmen, aber irgendwie hat sich das nicht so ganz ergeben. Also mache ich am besten, dass man die Projekte fertig, die ich noch offen habe, bevor ich was anderes anfange. Und gut, also dann, auf jeden Fall. Ah, wenn die Inkubator. Sieht leer aus. Dann... Haben wir wohl alles entwickelt. Nun, da ist die Frage... Nun, ist hier die Frage... Okay... Was müssen wir tun? Was ist unser Auftwerk? Dich... Wir können hier mal diesen Teppich... Ja... Sagt uns das Raum schon was? Nein... Da wäre... Da war diese Tür. Diese Tür ist verschlossen. Laufen wir am besten nochmal zu der Tür. Und sehen dann, was ist. Dann sammeln wir auf dem Rack noch und versuchen. Nein, ich trainiere keinen Vogel. Oh, falscher Weg. Nein, 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 bitte. Ich bin verheiratet. Gewaltiger Umstand. Ich dachte, hier gibt es keiner. Ich kann es auch noch 5.000 Mal wiederholen, aber es ist so. Und auch hier ist es zu hell. Na gut, viele... Viele Strudeln ja hier nicht rum. Für viele Strudeln. Ja... Ich weiß. Die Mineral Salmon geht uns ja allen auf den Sack. Und Samopod ist scheiße. Ich hab ja noch alle ausprobiert. Na ja. Ähm... Sagen wir es mal so, ich kann ja nicht gebrauchen den Magier. Klar, er kann heilen und kann machen und tun und bla und... Klar, er kann heilen und kann machen und tun und bla und... Aber... Ähm... Aber... Das ist mir zu kompliziert, weil... Weil Leute... Ihr könnt es mal so sehen, wie ich hier spiele. Die... Die Tasten sind A, S, D, Y, X und C, die ich benutze. Dass es jetzt überhaupt noch irgendwie funktioniert. Ich muss... Dann auch mit der anderen Hand probieren zu laufen. Und das war Facebook. Jetzt muss ich kurz auf dem Handy nachziehen. Wer da schon wieder was von mir will. Verdammte Scheiße einst. Komm, mach die Verbindung hoch für ein Handy. Ähm... Ja. Jetzt laufe ich in der Wand. Komm, wer will was? Na, die will was. Ja. 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 Ja, und jetzt? Jetzt? Also dann. Nach vorne durch. Es geht mich nicht an. Es geht mich nichts an. Ich bin nicht da. Ich bin Angst. Da geht es mal nicht öffnen. Was ist denn da drin? Gar nichts. Kann sich da was reinstecken? Kann ich da reinstecken? Oder ist da mal tief in der Seite? Die Tür ist verschlossen. Bekomme ich Informationen? Nein! Bekomme ich nicht. Ich frag mich mal, für was das hier ist. Was? Ich meine... Hier gibt es gar nichts. Was muss ich tun? Oh. Oh. Ups. Habe ich jetzt noch nie gesehen. Habe ich schon. Sprach ich nicht. Komm. Aufstrahlen. Und weiter geht's. Komm. Ich schreibe es jetzt einfach mal so. Äh. Einer. Ohne Frieden. Was ich damit meine, könnt ihr euch selber ausarten. Ah. Nicht ohne Frieden. Ohne. Streit. So. Ich hab Streit geschrieben. Weil ich es kann. Was? Was haben wir denn hier? Das Gebüsch. Wir haben einen Kopen-Chat ohne Streit! Das ist sehr gut! Warum ist diese Brücke kaputt? Das gefällt mir nicht. Und wir wollen auf Facebook einfach nicht aufhören, also grab dieses A-Plus-Gedöns aus. Mir egal! Komm, haltet die Fresse! Oh, Mann! So! Haltet doch einfach! Das gibt's doch nicht! Boah! Ich bin nicht gleich der Aufnahme, wenn das so weiter geht, Leute! Es tut mir leid! Alter, unproduktive Scheiße-Halter! Ach ja, ähm... Ach nein! Nein! Der ist langsam! Gott sei Dank! Der ist langsam! Der ist schwer durchführen langsam! Die Idee... Woaaaaaah! Kuben! Kuben, mein Kubus! Du bist mein! Was wirst du noch sein? Go Buss! Go Buss! Go Bussi! Go Bussi! Keine Säure mehr? Ein Omnicron Haben wir ja schon Omnicron Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Wo sind zwei Schuhe rum? Kippo, verbrauch mal den anderen Bildschirm. Das irritiert mich. Tut mir leid, Leute, aber ich... Es ist witzig, wenn man unten sieht, was oben ist. Wisst ihr was? In der nächsten Aufnahme gebe ich euch den zweiten Mal. Für eine Aufnahme. Für eine... Oh Gott, jetzt halte ich mich doch fallen. Beste... Äh... Schalalalalalalala Schalalalalalalala ... 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